Wie von Anfang an die Polizei verwoben war in ihrer Funktion als Schutz für die Reichen. Ich habe ja auch selber schon so Erfahrungen gemacht, mal auf einer Anti-Nazi-Demonstration, dass auf einem Bulle so meinte, ey, geht mal da hinten lang, da ist gerade offen und so. Völlig normal geworden, dass wir Nachrichten darüber bekommen, dass hier wieder mal ein rechtes Netzwerk ist. Das Netzwerk in der Polizei ausgehoben wurde, da mal wieder irgendwelche rechten Chats waren, bis hin zu Terrornetzwerken. Wir müssen es eben schaffen, auf eine kollektive Art und Weise uns diese Macht zurückzuholen, auch Konflikte anders ohne Polizei zu lösen. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Eigentlich brauchen sie keine Einleitung. Denn wenn es wirklich stimmt, dass jede Publicity gute Publicity ist, dann hat die Polizei schon lange den Olymp erklommen. Jeder von uns hatte schon einmal eine schlechte, unangenehme, vielleicht traumatisierende oder sogar positive Erfahrungen mit ihr gemacht. Sie ist allgegenwärtig. Egal ob im Alltag, im Viertel, auf den Straßen, am Stadion oder bei der Demonstration. Jeden Schritt, den du machst, beobachtet sie. Doch auch wir können sie beobachten. Jeden Tag, wie sie mal zu Hause in Deutschland oder in den Ghettos und bei den Aufständen dieser Welt schlagen, treten, würgen, pfeffern, tasern, schießen, töten. Trotzdem erscheint sie zum Unverständnis der einen, vielen, wenn nicht sogar den meisten, als letztes Stückchen Sicherheit. In einem Staat, wo nichts mehr sicher scheint. Als Schutz vor Jugendbanden, alkoholisierten Machos und immer mehr kriminellen Zumutungen in einer zersplitterten Gesellschaft. Auch kleine Knirpse antworten wenig verwunderlich in Kitas und Schulen jedes Jahr, wenn man sie fragt, was sie werden wollen. Polizist? Zumindest weiß man es nicht als Astronautschaft. Und wer kann es ihnen verübeln? Die edle Idee, Gangster, Gauner und Ganoven in die Flucht zu schlagen, scheint in diesem Beruf endlich Realität zu werden. Denn wenn man Polizeifans, Film und Massenmedien glaubt, besteht ihr Alltag aus Verfolgungsjagden mit mörderischem Tempo, dem Verhaften hochrangiger Gangster und weniger aus unrühmlichen Tätigkeiten, wie dem Notieren kleiner Ordnungswidrigkeiten, rassistischen Kontrollen und dem Drangsalieren flaschensammelnder Rentner im Bahnhof. Schauen wir uns also an, was scheinbare und tatsächliche Realität ist. Sprechen wir über die Ursprünge und fragen uns, ob mittelalterliche Nachtwachen und Polizisten im 19. Jahrhundert wirklich viel mit der heutigen Polizei zu tun haben. Fragen uns, wie es kommt, dass die einen 110 auf der Schnellwahl haben, während andere sich 1312 unter die Haut stechen lassen. Erfahren wir nicht nur, wie die Rivalität zweier Shakespeare-Darsteller den Grundstein für die Militarisierung der Polizei legte, warum Racial Profiling eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, sondern auch, was die wirklichen Funktionen der Gesetzeshüter sind und wie diese das Polizeiproblem begründen. Das alles hört ihr heute in unserer 105. Folge über die Polizei. Ja, das wäre ja eigentlich ein toller Moment für uns jetzt auch mal im Kontext unseres Podcasts so richtig unsere geballte Wut von jahrelanger Zumutung, die wir, wie wahrscheinlich ihr auch, wenn ihr politisch aktiv seid, erlebt habt, einfach mal rauszulassen und richtig vom Leder zu ziehen. Aber wir versuchen heute, das Ganze uns gelassen anzuschauen und mal so ein bisschen vielleicht auch aus unserer Haut zu schlüpfen und sich das Ganze ein bisschen von oben zu betrachten und nicht nur aus so einer reinen Betroffenheitsperspektive, die wir natürlich bei dem Thema auch haben. Wir wollten nochmal eine Folge zur Polizei machen, da es ein Thema ist, was ja immer wieder in der Linken gerade aufkommt. Wir haben jetzt große Ereignisse gehabt, speziell die Auseinandersetzungen in Frankreich, aber auch in Deutschland selbst. Gab es ja auch in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Polizeimorde und größere Eklats, wie jetzt zum Beispiel die Repression gegen die letzte Generation oder gegen die Hammerbande, wo die Polizei nochmal ins Blickfeld der Linken gerückt ist, wo sie eigentlich ja eh schon immer steht, aber jetzt wurde das Ganze nochmal ein bisschen stärker thematisiert wieder. Wir haben aber immer den Eindruck, dass dieser Blick auf die Polizei sehr überwiegend emotional und moralisch passiert. Es ist ganz, ganz wenig innerhalb der Linken Verständnis dafür, wie diese Institution überhaupt funktioniert und was sie vor allen Dingen für Funktionen ausführt. Es wird allermeistens rein darauf geguckt, was dann die Folgen dieser Strukturpolizei in der Gesellschaft sind. Und das finden wir sehr, sehr schwach, weil das einfach dazu führt, dass unsere Kritik, die ganz berechtigte Wut, die wir haben und die ganz, ganz berechtigten Punkte, die wir dann problematisieren, dass die ganz einfach abgeschmettert werden können von der Polizei selbst oder von rechten Kritikerinnen an dem, was wir da von uns geben. Und deswegen haben wir gesagt, es ist Zeit, jetzt mal sich das genauer anzugucken. Und wir tun dies heute anhand folgender Oberpunkte. Zuerst, wie ihr es gewohnt seid, sprechen wir über die Geschichte der Polizei. Im Anschluss über das Polizeiproblem. Und das unterteilen wir in verschiedenen Unterpunkte. Zuerst die Kritik an der Polizei in Frage von Rassismus, die Kritik an Polizeimorden, den Polizeikult bzw. Cop Culture. Und zum Abschluss in diesem Punkt sprechen wir noch über die Kritik in Verbindung zu rechten Strukturen. Zum Abschluss haben wir dann noch den Oberpunkt Funktionen. Und den haben wir wiederum unterteilt in die Ordnung, politisch aufrechterhalten, Kriminalität und Konflikte minimieren, als auch den Staat repräsentieren. Und in dem Sinne, wir haben einiges vor uns heute ohne weitere Umschweife zur Geschichte der Polizei. Ja, und da ist natürlich direkt zu Anfang die Frage, was wäre ein Geschichtspart bei Übertage ohne einen Ausflug in die Antike? Absolut richtig. Denn tatsächlich ist das nicht einfach nur ein lustiges Shirt, was man auf Redbubble oder Etsy bekommt mit dem Fakte Polis Logo, sondern es stimmt, dass wir hier die Wurzeln der Polizei ausmachen können. Denn tatsächlich kommt daher auch unser heutiges Wort Polizei. Aber vielleicht noch interessant dazu, im Deutschen war es lange so, dass Polizei mit C, E, Y am Ende geschrieben, lange einfach nur die gute Ordnung der Gesellschaft beschrieben hat. Ja, und wenn wir nach Griechenland gucken, ist es eigentlich recht ironisch, wie dort die Polizei beschaffen war, wenn wir uns die moderne Geschichte anschauen, gerade wenn wir später noch auf die USA kommen werden. Denn dort war es so, dass die Einheiten, die man so ein bisschen mit heutigen Polizeifunktionen vergleichen könnte, Einheiten waren, die aus Sklaven gebildet wurden, die Gemeineigentum der Polis oder der Bürger des Stadtstaates waren. Und diese wurden dann genutzt, um beispielsweise öffentliche Versammlungen zu schützen, Leute festzunehmen. Die Detektivaufgaben selber haben tatsächlich einfach die Bürger übernommen, wenn sie sich irgendwie ungerecht behandelt fühlten oder das Gefühl hatten, ihnen wurde jetzt dort eine Straftat angetan. Ja, und Detektivsystem ist genau das richtige Stichwort, denn es war nicht nur so, dass es im antiken Griechenland sowas gab, sondern gerade China, da können wir jetzt nicht drauf eingehen, weil es tatsächlich recht komplex ist, aber es hatte ein sehr, sehr stark ausgebautes Detektivsystem, wo eben vom Kaiser dann, es war ja damals generell in vielen Punkten der Staatsordnung Vorreiter, Leute bestimmt wurden, die auch dafür ausgebildet waren und vor Tests durchlaufen mussten, die dann dort sich um die öffentliche Ordnung gekümmert haben. In den islamischen Kalifaten gab es auch schon früh professionalisierte Posten, aber wenn wir wirklich auf die richtige Geschichte von so Polizeiaufgaben, Polizeifunktionen schauen, dann war es eigentlich so, dass es wie im römischen Reich Gang und Gebe war, dass das Militär diese Aufgaben übernommen hat. Also in fast allen Fällen hat diese Trennung nur marginal stattgefunden, wie beispielsweise in Rom, wo dann einzelne Legionäre noch diese zusätzliche Funktion übernommen haben und das Militär dann einfach festgenommen hat. Und diese richtige Ausbildung von einem ausgekoppelten Polizeiberuf, das hat sich erst später entwickelt. Ja und die Wurzeln können wir eigentlich so richtig erst im Mittelalter ausmachen, denn da änderte sich so einiges und das besonders in England. König Alfred, einer der, wie man sagt, großen englischen Könige, könnt ihr, falls euch die Figur auch nochmal besonders interessiert, in die Serie The Last Kingdom reinschauen. Sind wir große Fans von. Das ist einer unserer großen Serien, Utre Deberbar, unser Lieblings, einer von Joshua's Lieblingscharakter. Ja, teilweise sogar Kampfname von mir gewesen. Ja, aktuell noch. Überhaupt kein peinlicher Nebenfakt. Ja, ich weiß nicht, wie historisch akkurat die Serie mit König Alfred umgeht. Aber Alfred hat auf jeden Fall Rechtsreform in England im 9. Jahrhundert durchgeführt, wo es erstmal eine viel feingliedrige Organisation im administrativen Recht gab. Und das ist dann was, was sich unter eben den Normanen, die dann England übernommen haben, nochmal viel mehr verstärkt hat, weil auf einmal wurden auch Gesetze erlassen, dass die Leute dazu verpflichtet waren, Kriminelle zu fangen. Und dass es dann auch Strafen gab, beispielsweise, wenn das eine Dorf die Kriminellen nicht ausgeliefert hat. Und vor allem auch, dass dann eben mit, man kann sich das fast so einem, ja, ich möchte es jetzt nicht so nennen, aber so einer Art Rätesystem vorstellen, dass immer aus dem jeweiligen Dorf dann die Ältestenrat gebildet wurde, dann wieder jemand auf die höhere Ebene geschickt wurde und schließlich am Ende ein von dem König mit dem Amt des Sheriffs versehender Person stand. Und das ist ja so ein Begriff, da klingelt vielleicht bei uns so ein bisschen was, weil das kennt man ja noch eigentlich so ein bisschen eher aus Western. Aber das ist auch das, wo ursprünglich eben dieser Begriff herkommt. Das war der, der ein Shire übersehen hat. Neben Straftaten verfolgen war natürlich, was könnte es anderes sein, den im Mittelalter eine der wichtigsten Aufgaben, Steuern eintreiben für den König. Unter Edward I. wurden dann viele dieser Neuerungen und gerade diese Aufgaben im 13. Jahrhundert dann nochmal rechtlich festgeschrieben und der Aufbau spezieller Ämter mit heutigen Polizeiaufgaben nochmal weiter verstärkt. Ja, auf dem Land waren das vor allen Dingen Streitereien zwischen Clans oder mit widerständigen Bauern. In den Städten wiederum sind uns die Phänomene, um die sich dort die mittelalterliche Polizei gekümmert hat, noch etwas vertrauter. Aufstände in den Städten wurden vor allem vom Militär bearbeitet. Und die wichtigste Polizeiaufgabe war die Nachtwache. Also Nachtwächter in dem Sinne, dass sie patrouilliert haben in den Straßen, um betrunkene Diebe oder organisierte Kriminelle zu vertreiben, beziehungsweise auch zu fassen, um diese dann an andere Behörden weiterzugeben. Man kennt es ja vielleicht auch heute noch manchmal in so Städten mit einem mittelalterlichen Stadtkern, dass da jemand als so ein Nachtwächter verkleidet steht. Da kann man, glaube ich, immer noch so Touren machen, der einem dann die Stadt zeigt und so ein bisschen darüber spricht, wie es war als Nachtwache. Wiederum der Disclaimer, ich weiß nicht, wie historisch akkurat das ist. Ja, tatsächlich war es aber auch so, dass der Beruf als nicht sonderlich ehrbar angesehen war. Ja, denn das Problem war, dass gerade an kalten Nächten die Nachtwachen lieber geschlafen haben und deswegen nicht viel ausrichten konnten. Oder, wie man ihnen auch nachgesagt hat, weil sie dann eben eher die Wärme der Pubs, Saloons, Kneipen gesucht haben, sie auch einfach nur ständig sturzbesoffen waren. Das heißt, sie sind also selber zu dem mutiert, was sie eigentlich vertreiben sollten. Ja, so in etwa. Besoffene Kriminelle, die Gewalt aussehen. Ja, das muss man wirklich sich vorstellen. Damals gab es noch richtig so Diskurse. Man sagt ja immer, ja, heute irgendwie abolischte Police. Damals war es ganz üblich, dass es Plakate oder Kampagnen gab und die Leute einfach gesagt haben, wir brauchen die nicht, wir wollen die nicht. So, die machen eigentlich nur Scheiße. Ja gut, besoffene, gewalttätige Kriminelle ist auch irgendwie so eine gewisse Kontinuität bis heute. Im Teil zumindest, sagen wir mal. Tatsächlich, wie wir jetzt festgestellt haben bei den Nachtwachen, also es waren sicherlich nicht, not all Nightwatches, ne? Not all. All Nightwatches und Bastards. Ja, wie man sich vorstellen kann, da gibt es halt eine gewisse Lücke und gerade die wohlhabenden Bürger der Stadt sind natürlich mit dieser Polizeiarbeit nicht sonderlich zufrieden. Und so war es dann auch so, dass das wie eben, ja, in einem Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus, gerade in den Städten, es natürlich sehr sinnvoll ist. Es wurde nach und nach privatisiert. So entstanden dann eben im späten Mittelalter, in der frühen Neuzeit, die sogenannten Thief-Takers, also die Diebesjäger in England. Diese sollten dann eben den schlechten Zustand, die miserable Finanzierung und das fehlende Interesse der Bürger, die Kriminellen zu fassen, durch eben so eine privatisierte, angestellte Kraft für die Wohlhabenden ersetzen. Denn viele haben sich auch damals einfach nicht getraut, vor Bestrafung dann durch die organisierten Kriminellen irgendwas zu machen. Die Sache ist, diese Thief-Takers haben dann eben einen bestimmten Betrag dafür verlangt, um Diebesgut zurückzubringen. Die Sache war nur, die waren fast immer auch mit den Dieben unter einer Decke und ganz häufig war es eher so, dass es eine Art Schutzgelderpressung war. Man hat Sachen geklaut, man kannte den, der das geklaut hat, man wusste, wo man es wiederholen muss und am Ende sprang für beide eben dann eine Prämie raus. Wie gesagt, das war auch nicht immer so. Natürlich gab es auch tatsächlich da Leute, die einfach nur einen Einblick darin hatten und dann so, dass die es gut zurückbringen konnten. Aber auch die waren nicht sonderlich hoch angesehen und waren als sehr stark kriminell, korrupt und sicherlich auch besoffen verschrien. Ich glaube, es ist wichtig bei dem Ganzen eben im Kopf zu behalten, dass während es diese ganzen unterschiedlichen, sagen wir mal, polizeiähnlichen Gruppen gab, es tatsächlich so war, dass die allermeisten Konflikte und die allermeisten Straftaten, wenn man so will, Rechtsbrüche, Vertragsbrüche etc., die es so auf den Straßen gab, immer von der Gemeinde selber gelöst wurden, von den Leuten selber und man sich da einfach an einem kollektiven Prozess beteiligt hat. Es war natürlich das Problem, gerade in den Großstädten, die zu dieser Zeit entstanden, wurde das immer schwieriger, weil diese traditionellen Verbände auseinandergerissen wurden. Aber es war damals total üblich, dass man sich einfach selber darum gekümmert hat und die Leute selbst organisiert das gemacht haben, teilweise natürlich auch halb institutionalisiert, dass man wusste, wenn das und das ist, müssen wir uns zusammensetzen und müssen wir uns eben um die Leute, die in unserer Gemeinde Schaden anrichten, kümmern. Daher kennt man das vielleicht auch aus Filmen, die von dieser Zeit handeln, wenn Leute eben Hilfe, Hilfe, Mörder, Dieb oder so geschrien haben, dann war das auch tatsächlich einfach der Aufruf dazu, weil jeder hatte ja das Recht, die Personen dann zu fassen. Und es wurde auch so ein bisschen von den Leuten angenommen. Wie gesagt, wurde natürlich nicht immer gemacht, weil die Leute auch teilweise Angst hatten, irgendwo da in was rein zu geraten oder später Ärger von organisierten Kriminellen zu bekommen. Kommen wir mal wieder zu einem Punkt, wo sich so einiges gerade in Europa geändert hat und das ist nämlich die Industrialisierung. Durch das immense Wachstum der Städte, durch das Entstehen einer Arbeiterinnenbewegung in den Städten selbst, durch die Entwicklung von Nationalstaaten, wie dann mit der Französischen Revolution, wo der erste Nationalstaat entstanden ist, verändert sich auch das Phänomen der Kriminalität und die Brisanz des Themas auch nochmal immens. Das ist ja auch schon angesprochen, dass früher viel selbst irgendwie geregelt werden konnte und umso größer und natürlich auch anonymer letztendlich dann solche Menschenverbände werden, umso schwieriger ist es natürlich, diese einfach so erstmal zu klären. Auch hat die Zeit der Industrialisierung ein enormes Konfliktpotenzial innerhalb der Gesellschaft geschaffen, und zwar den Konflikt zwischen Kapital und Arbeit, dass es also zu unzähligen Aufständen in der Arbeiterinnenschaft gegen die verheerenden Zustände, die verheerenden sozialen und materiellen Zustände, denen sich die Menschen ausgesetzt sahen im Kontext der Industrialisierung, hervorgebracht, sodass es an allen Ecken und Enden ständig geknallt hat. Und das war natürlich eine Sache, womit sich dann diese neu entstehenden Staaten auch beschäftigen mussten. Sie mussten irgendeine Form von Antwort, und zwar eine sozialisierte Antwort darauf finden, wie man jetzt mit den ganzen Streiks, den politischen Straßenkämpfen und auch den Auseinandersetzungen zwischen Ethnien umgeht. Und da war die Entwicklung der Polizei in der Form, wie wir sie heute kennen, eine, denke ich, auch naheliegende. Ja, und gerade in den USA war eben diese Entwicklung nochmal besonders stark, weil, wie du gesagt hast, die Gewerkschaftsbewegung eine große Rolle dort gespielt hat, aber auch der Konflikt, Abolitionismus, Sklaverei beibehalten, Immigration, Diese ganze großflächige soziale Vermischung und auch stärkere Politisierung vieler Menschen führte da wirklich zu alltäglichen Krawallen in den großen Städten und zu alltäglichen Konflikten. Ein Wyatt war dort besonders wichtig für die stärkere Spezialisierung der Polizei in Bezug auf Wyatt Control, die Kontrolle von Demonstrationen und Krawalle allgemein. Und das war nämlich der Astor Place Wyatt. Das ist wohl von der Geschichte her, finde ich, einer der interessantesten Whites der Geschichte. Ist ja wohl auch einer der blutigsten der US-Geschichte, oder? Richtig. Also, vor allem damals war es, glaube ich, der Wyatt bei dem, oder generell der Einsatz, der zu seiner Zeit der blutigste in Bezug auf den Verlust zivilen Lebens durch das Militär war, nach dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Ja, und wie könnte das bei einem großen Wyatt in New York City anders sein? Er geht auf die Rivalität zwischen zwei auf Shakespeare spezialisierte Schauspieler zurück. Und zwar haben wir da einmal Forrest, den Amerikaner, einen Sohn der Arbeiterklasse, bereitgebaut. Und auf der anderen Seite McReady, der Brite. Ein wirklich feiner Kerl, wie ihm nachgesagt wurde, der mit sehr viel Feingefühl Shakespeare's Stücke gespielt hat. Er wurde unter anderem während dieser Rivalität auch mit einem toten Schaf beworfen. Und man muss sich das so vorstellen, die beiden haben sich wirklich gehasst. Sie waren wirklich Repräsentation für dieses anglo-amerikanische Verhältnis und vor allem diese Feindschaft für den Konflikt Arbeiterklasse gegen Upper Class. Und sie tourten die Länder des jeweils anderen, gingen teilweise zu den Veranstaltungen des anderen und buten sich aus, Denn es war generell damals, was viele nicht wissen, üblich im Theater laut zu werden. Und es kam immer wieder auch zu Ausschreitungen in Theatern. Da hat sich die Kultur leicht gewandelt. Ja. Vielleicht so heute. Vielleicht, ja. Als eben der Brite McReady dann wieder in die Vereinigten Staaten kam und dort in dem neuen Bonzen-Theater Astor-Sierter auftreten sollte. Es wurde nämlich auch genau in die Nähe von einem Arbeiterviertel gesetzt und wurde als einen riesigen Affront auch von den Leuten damals gewertet. Dann haben sich eben die Unterstützer von Forrest dazu entschlossen, und die waren interessanterweise sowohl die Nativisten, das waren die damaligen rechten Einwanderungsgegner, teilweise wirklich anti-irische und anti-katholische Rassisten, und ihre eigentlichen Todfeinde, die irischen Arbeiter und Gangs. Und die haben eben vor Plakate aufgehangen, die das dazu stilisiert haben, Should the USA be ruled by England or by America? Haben Freikarten verkauft, die mit Ganggeld bezahlt wurden, und haben dann dafür gesorgt, dass 500 Anhänger von Forrest dann eben in das Theater gingen, während McReady dort vor seinem Upper Class Publikum seinen Auftritt hatte. Ja, und die haben dann angefangen, ihn mit Tomaten, Eiern, verdorbenem Gemüse zu bewerfen, und die Sitze rauszureißen. Also das ist dann wirklich so Oldschool-Hooligan-Kaltschein-Theater. Ja, und sie versuchten damit dann auch diese Vorstellung zu unterbrechen, und draußen sammelten sich dann zehntausende Leute, und es kam zu den großen Ausschreitungen. Währenddessen hatten natürlich die Reichen riesige Angst, weil solche Sachen sind immer wieder in auch einfach soziale Konflikte eskaliert, und man merkt ja auch, da war eine ganz starke soziale Linie mit drin. Und deswegen hat die Polizei sich eben vor allem darauf konzentriert, die Häuser der Reichen zu schützen, die auch starke Verbindungen zu den damaligen Polizeieinheiten hatten, und nach und nach wurden dann eben 30 Demonstrierende von der Polizei und der Militia getötet. Und danach war die Polizei und das Militär, die Regierung sehr, sehr unzufrieden mit der Lage, weil man so richtig einen Kontrollverlust in der Stadt befürchtet hat. Und so legte dann eben die Rivalität dieser beiden Shakespeare-Darsteller dann den Grundstein für die heutige Militarisierung der Polizei und für Wired Control, die Einführung von längeren Knüppeln, von Ausrüstung und wirklich einer Professionalisierung und der Training für das, was wir heute als Bereitschaftspolizei kennen. An diesem Beispiel, und man könnte da zahllose andere nennen, sieht man sehr gut, wie von Anfang an die Polizei verwoben war in ihrer Funktion als Schutz für die Reichen. Es war einer ihrer ganz wesentlichen Begründungsmomente und Ausgangspunkte, den sie, wenn auch etwas komplexer heutzutage, aber ja immer noch ausführen. Generell, und das haben wir auch schon angedeutet in einigen Beispielen, war die Polizei zum damaligen Zeitpunkt auch nicht weniger kriminell als andere Gangs und Banden. Ganze Polizeianhalten standen unter der Kontrolle einzelner Politiker oder einflussreicher Personen, die diese dann für ihre Zwecke verwendet haben. Und das versuchte man dann auch dadurch zu unterbinden, dass in den Städten nach und nach immer mehr eine Metropolitan Police einführte, die unabhängiger, weniger korrupt sein sollte und professionalisierter. Und das Aufgaben- und Patrouillengebiet vergrößerte sich dann auch nach und nach. Das gab es natürlich nicht ohne Widerstand. Und die alte, damals gerade in New York sehr korrupte Municipal Police musste von der neuen Metropolitan Police dann im Great Police Riot in New York 1857 auch gewaltsam aufgelöst werden. Also dann Polizeieinheiten gegen Polizeieinheiten gekämpft oder was? Genau, die alten gegen die neuen. Ich frage mich natürlich, warum der Great Police Riot heißt. Vielleicht könnt ihr uns ja mal zuschicken, was es sonst noch so für Polizeikrawalle gab. Vielleicht, weil es Great ist, wenn sich Polizeileute gegenseitig kaputt hauen. Kommt auf den Ausgang an. Ja, und weiter südlich in den Sklavenhalterstaaten der USA entwickelte sich die Polizei dann auch tatsächlich anders. Und zwar aus der Notwendigkeit heraus, Versklavte an der Flucht in den Norden zu hindern und Aufstände von ihnen zu verhindern. Da haben wir beispielsweise das New Orleans Police Department, welches als einer der ersten richtig professionell eben darauf sich spezialisiert hatte, Schwarze zu unterdrücken. Und was es so in der Traditionslinie auch bis heute gibt. Was natürlich sicherlich auch nochmal den Kontext ändert, wenn man über rassistische Polizeimorde in den USA heute spricht. Oder was es auch noch gab, waren dann die sogenannten Slave Patrols, bei denen auch viele einfache weiße Bürger sich an den Patrouillen beteiligten, um eben Versklavte an ihrer Rettung in die Freiheit zu hindern. Generell können wir hier den Trend beobachten, dass es zu einer Professionalisierung, Ausbildung und Weiterbildung der Polizei kommt. In Deutschland entwickelte sich aus der lang absolutistischen und später kaiserlich geprägten Polizei, die sich in vieler Hinsicht auch von der heutigen Polizei unterschied, für kurze Zeit in der Weimarer Republik eine klassische Polizei. Aus dieser Zeit stammt dann auch tatsächlich der Ausruf Polizei, dein Freund und Helfer. Das wird landläufig oft eher in der Zeit des Nationalsozialismus zugeschrieben, kommt aber tatsächlich von den Helfershelfern des Nationalsozialismus in Deutschland, dem Sozialdemokraten, in Person von Albert Grisinski, der eher konservativer November revolutionär war. Großer Fan von Hindenburg gewesen. Ja, da gab es ja sehr, sehr viele spannende Verwicklungen und Ausprägungen der Sozialdemokratie in dieser Zeit. Ja, Deutschland hat da auch generell eine spezifische Entwicklung gehabt, denn durch die Nazi-Zeit gab es einen sehr starken Bruch. Die Polizei folgte in dieser Zeit Nazi-Gesetzen und war elementar für die Aufrechterhaltung der NS-Herrschaft. Darin liegt auch in der generellen Entmilitarisierung Deutschlands begründet, dass es sehr lange dauerte, bis Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg wieder eine Polizei hatte. Und wie ihr euch das vielleicht decken könnt, wurden diese Polizeieinheiten dann auch von den Besatzern geformt und auch viel dezentraler gestaltet, als sie vorher war und dadurch auch ein gewisses Alleinstellungsmerkmal der deutschen Polizei geschaffen wurde. Ja, und spannend war natürlich dann im Zuge mit der Besatzung auch noch die Zeit nach der Wende, weil Westdeutschland und Ostdeutschland, das wissen wir, glaube ich, entwickelte sich in unterschiedliche Richtungen, was den Aufgabenbereich der Polizei anging und auch die Strukturierung dieser. Und dann stand man natürlich für ein großes Problem, als die DDR annektiert wurde, dass man auf einmal die damalige ostdeutsche Volkspolizei und die westdeutsche Polizei zusammenführen musste. Und tatsächlich war es dann so... Die Wessis haben die Führung übernommen. Richtig. So wie in jedem dieser gesellschaftlichen Bereiche. Ja, tatsächlich war es auch so, dass viele Ostdeutsche, die vorher als Volkspolizisten tätig waren, auch einfach den Dienst verließen, weil sie eben starke Verbindungen zur SED oder zum Ministerium für Staatssicherheit hatten und von Anfang an wussten, okay, das werden keine blühenden Landschaften für mich jetzt in der Polizei sein. Dementsprechend Westdeutsche dann gerade die Führungsränge füllten. Aber auch da gab es lange ein Problem und sicherlich auch die schwache Polizeipräsenz zu der Zeit und auch das generelle Desinteresse der Volkspolizisten sind nochmal ein verstärkender Grund dafür gewesen, warum es auch so viel faschistischen und rassistischen Terror zu dieser Zeit gab. Ja, und dann im Folgenden und da nähern wir uns auch dem Jetzt an, gab es ab der 68er-Bewegung immer wieder große Protestwellen, die das Konzept Polizei generell in Frage gestellt haben, aus den unterschiedlichsten Beweggründen, wie in Deutschland kann man ja sehr gut die Studentenbewegung nennen, mit der Ermordung von Benno Ohnesorg oder in Frankreich migrantische Bewegungen, in Griechenland und in den USA linke Bewegungen und um das an den USA noch direkt anzufügen, besonders dort natürlich auch Kämpfe der schwarzen Community gegen Polizeigewalt. Es gibt also viele, die sich heutzutage organisieren wegen ihrer Unzufriedenheit oder ihrer Ablehnung der Polizei. Und das zieht sich ja auch durch alle möglichen gesellschaftlichen Gruppen, auch wenn, ich glaube, die Zustimmungszahlen zur Polizei zumindest in Deutschland immer noch eine Mehrheit bilden. Ich glaube, 80% war auch das letzte Aktuelle, was ich mal dazu gesehen hatte, wenn es um großes Vertrauen in die Polizei geht. Deswegen schauen wir uns jetzt mal an, wie sieht denn die aktuelle Debatte um die Polizei aus? Was wird da kritisiert und was denken wir darüber? Kommen wir also zum Polizeiproblem. Ja, das ist ja wirklich ein Begriff, der in den letzten Jahren die Debatte um die Polizei bestimmt hat, wo ja auch häufig dann so eine Forderung nach der Demokratisierung der Polizei heraus abgeleitet wurde oder dann in kleineren, radikaleren Formen wirklich eine Abschaffung der Polizei oder ein Defunding der Polizei. Ich glaube, der Hauptaufhänger und einer der wichtigsten Punkte dabei ist eben die Kritik an der Polizei in Fragen von Rassismus. Und das ist ja auch naheliegend, wenn man sich das anguckt. Das ist ein Ding, was sich wirklich durch alle anderen Punkte zieht, die wir jetzt noch ansprechen werden. Und das ist ja auch was, wenn man mit jeder von Rassismus in Deutschland betroffenen Person eigentlich mal ein paar Worte gewechselt hat und auf das Thema irgendwann mal kommt, dann kann eigentlich jeder, jede irgendeine Geschichte davon erzählen. Ja, ich meine, die Polizei ist natürlich auch in den Vierteln, wo besonders viele migrantische Menschen leben, besonders aktiv. Das sind häufig Viertel, die von Armut betroffen sind, von größeren sozialen Spannungen betroffen sind. Die Polizei hat dabei eine ganz klare Doktrin, der sie da auch folgt. Also da gab es ja immer wieder auch Berichte und Leaks und Veröffentlichungen zu, dass nach Hautfarbe, also Racial Profiling, in diesen Vierteln dann entsprechend kontrolliert wird. Mindestens kann man sagen, es ist nicht verboten. Also es ist eine gängige, alltägliche Praxis, die wir alle, die wir auch in solchen Vierteln leben oder die wir auch entsprechende andere Hautfarbe haben, ja auch selber erfahren können. Und das ist einfach eine Realität, die uns hier begegnet. Und wir beide sind solchen Polizeikontrollen nicht ausgeliefert. Klar, ich wurde auch mal einfach random außerhalb von Demonstrationskontext, weil ich dann eine Fahne dabei hatte, aber das hier in einer anderen Stadt diese Demonstration war von Treifenpolizisten angehalten, die mich dann kontrolliert haben und als sie die schwarze Fahne gesehen haben, dachten, ich wäre irgendwie Salafist und das auch gesagt haben. Aha, sie sind also dem salafistischen Spektrum zugehörig. Wegen der schwarzen Fahne. Ja, ja. Also natürlich existiert so etwas auch, aber das sind ja wirklich die Ausnahmefällen. Und normalerweise, wenn man dann irgendwie so eine Kontrolle in irgendeinem Park hat, der jetzt als Gefahrengebiet ausgeschrieben wird, geht man als weiße Person dadurch und unsere Freunde mit anderer Hautfarbe oder die halt irgendwie Schwarzköpfe sind oder so, die werden dann kontrolliert. Ja, gerade an Bahnhöfen, da ist das wirklich nochmal besonders krass wegen der Immigrationskontrollen. Und das muss man vielleicht nochmal kurz dazu sagen, das ist was, was wir auch schon mal länger in der Folge zur Kriminalität angesprochen haben, nämlich Folge 22. Das muss man euch eigentlich nicht sagen, aber es ist halt wichtig natürlich, das liegt nicht daran, warum dann viel in diesen Vierteln kontrolliert wird, weil die Leute irgendwie mehr zu Kriminalität einfach von sich aus neigen, sondern wie du es gesagt hast, das liegt an den ökonomischen Hintergründen davon. Das liegt häufig auch an dem absolut desolaten Rechtsstatus, dass den Leuten beispielsweise teilweise keine Arbeitserlaubnis gegeben wird und es einfach, ja, sie zum Nichtstun gezwungen werden, teilweise nichtmals in den Familienläden mit aushelfen können. Was bleibt dann oft noch groß, wenn man in der Illegalität oder ohne Arbeitserlaubnis lebt, als dann sich schwarz oder auf andere Arten und Weisen Geld zu verschaffen? Und gleichzeitig durch den erhöhten Repressionsdruck und dem Feststellen von mehr Straftaten, weil man in den entsprechenden Vierteln aktiv ist oder aktiver als in anderen, stellt man auch mehr Straftaten fest, was dann wiederum wieder mehr Untersuchungen, mehr Präsenz von der Polizei auch rechtfertigt. Ich frage mich aber auch immer, wenn es um diese Diskussion im Wayship Profiling gibt, es gibt ja einige Staaten, wie beispielsweise die Niederlande, zuletzt die Gesetze gegen Wayship Profiling erlassen haben. Und wie gesagt, in Deutschland hast du recht, ist das noch erlaubt. Aber ob das wirklich grundlegend dieses Problem ändern kann, gerade wenn es dann um diesen Alltag der Polizei geht. Also sicherlich ist es immer so, wenn es eben so ein neues Gesetz gibt, dass es auch einfach im Kopf von den Leuten was verändert. Aber ich glaube, grundlegend kann man das gar nicht durch so ein Gesetz ändern, weil das wird halt immer diese selbsterfüllende Profilie. Bezeihung sein. Und es werden einfach auch immer die Viertel sein, in denen die Polizei stärker unterwegs ist. Und ich glaube, auch diesen rassistischen Blick kannst du den Leuten auch durch so einen Gesetzesvorschlag einfach nicht nehmen. Ja, das wird sich nie grundlegend in diese Systematik ändern. Das denke ich auch. Ja, natürlich überträgt sich das auch dann darauf, dass die Polizei einfach respektloser gegenüber den Leuten sich verhält. Da gibt es ja auch Studien zu, sich häufiger gewalttätig gegenüber von Rassismus betroffenen Menschen verhält und ihnen auch einfach seltener hilft. Das ist ja auch eine Sache, dass wenn beispielsweise jetzt in einem Viertel, wie hier bei uns, die Polizei gerufen wird, sie bei einigen Sachen etwas ungerner kommt oder auch, gerade wenn es um beispielsweise Fälle von häuslicher Gewalt oder so geht, einmal kurz da bleibt und dann sagt, ja gut, ist mir jetzt auch egal, machen wir jetzt nichts, fahren wir wieder. Ja, aber da wurden wir schon fünfmal hingerufen, weil schon mal wieder irgendwas war und das sind ja dann auch oft so Sachen. Gut, aber dann trotzdem existiert ja diese gewaltvolle Verhältnis, in dem Beispiel, was du jetzt genannt hast, ändert ja nichts daran und nur weil man häufig gerufen wird, ist es ja trotzdem noch eine Realität. Diese alltägliche Konfrontation in Kombination mit den Verhältnissen, in denen wir leben, diese ständige Konfrontation dann auch von den einzelnen Polizeibeamten mit diesen Zuständen, das verändert auch die Einstellung der aktiven Polizisten und Polizistinnen und das führt auch dazu, dass rassistische Einstellungen stärker werden und im schlimmsten Falle führt dies dann zu Morden durch die Polizei, die dann immer weiter in so einer Verallgemeinerung von Menschen sich hinein entwickelt und das bringt uns auch zum nächsten Punkt, Kritik an Polizeimorden. Da können wir ja erstmal darüber reden, was ist überhaupt Polizeigewalt? Das ist auch tatsächlich ein Strafbestand in einer anderen Formulierung und es geht da um diese unverhältnismäßige Gewalt durch die Polizei, weil das ist ja erstmal die Sache, tatsächlich muss man feststellen, zu dem Beruf der Polizei und zu dem, was sie machen, gehört eine ganze Menge an erlaubter Gewalt. Es geht dann immer um das, was eben als unverhältnismäßig angesehen wird und das finde ich erstmal wichtig zu sagen und erstmal zu denken, wow, okay, die haben echt ein ganz großes Repertoire an Gewalt, was sie in einem legalen Rahmen anwenden dürfen. Warum löst ein Polizeimord oft einen solchen Schock auch aus und warum wird er in der Gesellschaft so verhandelt? Weil wir werden das gleich nochmal bei den Statistiken sehen, im Vergleich zu den Mordzahlen generell ist es jetzt nicht so, dass besonders herausragend viele Menschen durch die Polizei, zumindest in Deutschland, getötet werden. Und das liegt, denke ich, vor allen Dingen daran, dass es von einem staatlichen Organ aus passiert, das sich selber als etwas Gutes darstellt, als etwas, was notwendig ist, um die zwischenmenschlichen Konflikte, die entstehen, zu lösen. Und wenn jetzt also ein Polizeibeamter selber eine Gräueltat verübt, mit diesem selbstgeschaffenen, guten Bild, was die Polizei von sich vermitteln versucht, so krass bricht, dann schafft das auch so einen Moment, wo diese ganzen Widersprüche, die mit der Polizei einhergehen, die vor allen Dingen von Rassismus betroffene Menschen jeden Tag auch erleben, einfach nochmal so offensichtlich hervordringend und so explodiert in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Und natürlich auch immer die Frage, wen sollst du rufen, wenn die Polizei mordet? Weil das ist auch noch die Sache, was steht da für ein riesiger Gewaltapparat hinter? Was steht da für eine riesige rechtliche Legitimierung hinter? Es ist halt der Staat. Der Staat ist die Gewalt überhaupt. Und die Polizei ist eben der Inhaber dieses Gewaltmonopols. Was man aber auch natürlich dazu sagen muss, ist, dass es auch oftmals rechtlich abgesichert ist, dass die Polizei Menschen tötet im Dienst. Also klar soll halt die Polizei, wenn jetzt irgendjemand mit einem Messer auf die zuläuft, eher halt irgendwo in die Beine schießen oder zuerst in die Luft oder so. Aber klar ist auch erstmal, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass jemand, wenn du ihn ins Bein schießt, dass er auch stirbt. Aber tatsächlich gibt es ja auch Szenarien, wo es einfach der Polizei erlaubt ist. Und diese Szenarien werden ja auch immer herangezogen, ob das dann jetzt passiert ist oder nicht. Lässt sich dann ja oftmals gar nicht überprüfen. Ja, ich glaube, in Deutschland ist es auch tatsächlich so, dass die Regelung ist, Warnschuss und dann darfst du schießen. Ja, und über Schießen wollen wir in diesem Kontext auch besonders reden, weil es dazu auch die beste Statistiken zu gibt. Und da können wir in Deutschland erstmal mit einem der ersten von der Polizei erschossenen Person starten. Das war nämlich hier direkt bei uns aus unserer direkten Nachbarschaft eigentlich im Ruhrgebiet. Und zwar Philipp Müller, der 1952 in Essen erschossen wurde auf einer Demonstration gegen die deutsche Wiederbewaffnung. Der war Kommunist und revolutionär und heute ist auch noch nach ihm ein soziales Zentrum in Essen benannt. Ja, da zeigt der Staat, was er von diesen scheiß HIPs hält, die gegen seine Wiederbewaffnung demonstrieren. Ja, und seitdem sind bis heute mindestens 530 Personen von der Polizei erschossen worden. Und das muss man dazu sagen, weil dazu die Zahlenlage nicht so gut ist. Es sind nicht, es sind explizit nicht die Fälle mit reingenommen von Ersticken oder anderen Methoden, mit der die Polizei Menschen getötet hat. Wenn man aber alte Zahlen mit reinnimmt, wo es dann auch mal für zehn Jahre oder so welche gab, dann war es so, dass diese Tötung in ihrer Anzahl noch mal die Erschossenen übertroffen haben. Und zusätzlich gibt es ja auch eine Menge Fälle, die bis heute ungeklärt sind oder die offiziell nicht in der Statistik auftauchen, wie der Mord an Uri Jalloh. Der wird ja auch dann als Beispiel nicht in dieser Statistik stattfinden. Und da gibt es ja eine Menge, die dort Gleiches erleiden mussten. Ja, die werden dann als Unfälle oder Suizide gewertet. Gleichzeitig wurden 402 Polizisten getötet. Das wird sicherlich eine Zahl sein, die sehr nah an der Realität dran liegt. Auch wenn die Zahlen natürlich schockierend sind und jeder, der durch die Polizei getötet wurde, egal ob es jetzt tatsächlich in der Form von Selbstverteidigung von dem Polizisten oder so passiert ist oder im Kontext eines Mordes oder Ähnlichem, ist natürlich jeder zu viel, der durch die Polizei stirbt. Dennoch ist diese Zahl in Deutschland extrem niedrig im internationalen Vergleich und einer der niedrigsten Raten von Erschossenen überhaupt. Ja, und die liegt in Deutschland bei 1,3 Erschossenen pro 10 Millionen Einwohner. Das ist dann, wenn man das jetzt mit so einem Staat wie den USA, den man ja eigentlich ganz gut für Polizeigewalt kennt, vergleicht, recht niedrig. Da liegt sie bei 33,1. Aber wir haben natürlich auch Staaten, in denen das dann ins astronomisch hohe steigt, wie die Philippinen, die generell die meisten Polizeitoten weltweit zu verzeichnen haben. mit 6.000 und einer Rate von 556 Toten, wo noch nichtmals alle mit reingezählt werden, sondern nur die, die jetzt durch die faschistische Antidrogenkampagne ermordet wurden. Oder so Staaten wie sozialistische Venezuela, wo die Rate von Erschossenen bei 1.800 liegt, womit dieses Land auch prozentual der Spitzenreiter ist. Was aber natürlich da dann auch auf die bürgerkriegsähnliche Situation zurückzuführen ist, wo der Begriff auch mal tatsächlich angebracht ist. Stabiler Sozialismus mal wieder. Aber es gibt natürlich auch auf der anderen Seite wiederum dann Staaten, in denen es keine Tote oder sehr, sehr wenige durch die Polizei gibt. Und zwar wären da zu nennen die Schweiz und Japan in sehr, sehr vielen Jahren, wo es keine Toten gibt. Oder in Island, wo es das letzte Mal in der Geschichte 2013 zu einem Toten durch Polizei kam. Wobei man bei der Schweiz auch noch dazu rechnen muss, um unseren Schweizer Genossinnen da gerecht zu werden auch, dass natürlich die Polizei jetzt auch immer wieder in der Schweiz durch ihre Brutalität bei Demonstrationsgeschehen zu nennen ist. Und nur weil jetzt eine Polizei weniger mordet, heißt das ja nicht, dass sie irgendwie total geil ist oder so. Um das mal richtig qualifiziert auszudrücken. Ja, genau. Es soll ja auch heute keine Cop-Waiting-Show sein. Das wäre immer spannend. Ein Cop- oder eine Polizei-Waiting. Tage wankt. Polizeieinheiten der Welt. Ja, aber kommen wir zu dem ernsten Thema zurück. Und zwar darauf, warum es dann eigentlich, wenn es ja immer wieder zu Polizeimorden kommt oder es auch in vielen Staaten zu massiven Morden durch die Polizei kommt, warum es zu so wenig Verurteilung kommt. Wir haben es schon angesprochen, ganz häufig werden diese Sachen dann als Unfälle oder Suizide vermerkt. Wir wissen gar nicht, wie hoch die Rate hier auch in Deutschland tatsächlich ist. Und auch viele von diesen wirklich gut publizierten Fällen, bei der die Polizei Menschen einfach erschießt, wie auch hier in Dortmund in dem Fall von Mohamed. Warum also ist das so? Und da wird in der Diskussion immer wieder die Polizeikultur genannt, die Cop-Culture, die dazu führt, dass die Leute schweigen, wenn es gegen die eigenen Kollegen geht. Was ist damit gemeint? Im weitesten Sinne erst einmal die Kultur, die sich aus dem Polizeiberuf heraus entwickelt hat und die ihn kultiviert. Erstmal ist es ja so, dass die Polizei kein komplettes Spiegelbild einer Gesellschaft ist, sondern sich grundsätzlich Menschen, die auf Macht aus sind, die auch potenziell deutlich mehr Menschen, die zum Beispiel Gewaltfantasien haben oder auch komische Neigungen haben, wo sie gerne Menschen quälen oder was weiß ich, sich eher angezogen fühlen von diesem Beruf. Aber auch wenn dann die Menschen in diesem Beruf sind, wo natürlich auch ganz viele Leute, ganz normale, nicht irgendwie gewalttätige Menschen per se erstmal hingehen, dann auch in diesem Beruf natürlich sozialisiert werden. Und wir haben ja gerade ein Beispiel auch schon genannt, wo über diese Konfrontation mit vor allen Dingen migrantischen Menschen in migrantischen Vierteln Rassismus dann auch sozialisiert wird durch diese Erfahrung. Aber auch in anderen Bereichen trifft das dann zu, nicht nur in diesem Rassismus-Part, sondern zum Beispiel auch im Kontext des Korrgeistes, der ja auch oftmals beschrieben wird, der ja eine ganz wichtige Grundlage dafür ist, warum es auch so eine schlechte Aufklärungsquote dann im Kontext von Gewalttaten, die nicht vom Gesetz legitimiert werden, innerhalb der Polizei gibt, wo es dann also so eine Mauer des Schweigens aufgebaut wird und eben Fehlverhalten von den Kolleginnen nicht an die Öffentlichkeit gebracht werden oder man dann eben einsteht für die Kolleginnen. Und das macht natürlich auch etwas mit den Polizisten, die dort aktiv sind, weil sie dann ja auch lernen, okay, ich kann hier im Prinzip machen, was ich will und das ist auch okay so, weil ich habe ja auch meine Kollegen, die halt zu mir stehen und ich habe ja auch schon mal bei dem weggeguckt, dann weiß ich auch, der guckt bei mir weg und solche Geschichten eben. Ja, das ist ja auch was, was sich in den Zahlen widerspiegelt. Das ist ja wirklich eine Studie, die jetzt immer und immer wieder in der Diskussion ums Polizeiproblem zitiert wurde, weil gerade der Professor Singelstein an der RUB in Bochum sehr viel Forschung dazu betreibt. Und irgendwie auch sehr alleine. Sehr alleine und tatsächlich auch, es gibt ein paar lustige Interviews, wenn Leute von der Gewerkschaft der Polizei auf ihn angesprochen werden oder auf diese Studie, die mögen den nicht, die mögen den nicht. Ja, und da wurde eben festgestellt, dass 2019 bei 4200 Ermittlungsverfahren gegen Polizeibeamte wegen Gewalt 57 Strafverfahren eingeleitet wurden, wovon sieben zu einer Verurteilung führten. Ich spare mir jetzt mal 4200 zu sieben in einer Prozentzahl nochmal zu betonen. Ich denke, das steht für sich. Und es wird ja gerne Kritik daran geübt, gerade dann auch von Polizeifunktionärseite, aber auch von konservativer Seite. Natürlich, die Leute irgendwie einfach, ah, sie sind mit Polizei konfrontiert, natürlich zeigen die das dann irgendwie an, weil, oh, man fühlt sich jetzt irgendwie hier so falsch angefasst von den Polizeibeamten. Aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Also alle, gerade die Experten gehen davon aus und auch teilweise sogar die, die selber Polizeiforschung betreiben, dass die Dunkelzahl viel, viel höher ist. Weil es ist ja klar, jeder von uns kennt das. Wenn irgendwie mal in einem Kontext von einer Demonstration oder auch einfach nur, keine Ahnung, man ist abends unterwegs und es kommt irgendwie zu einem Wortgefecht oder so mit der Polizei, man wird sich ja niemals trauen, Fehlverhalten anzuzeigen, weil man immer damit rechnen muss, dass wegen irgendwas, Beamtenbeleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, direkt die Gegenanzeige folgt. Und das ist auch die Sache. Fast alle diese Anzeigen, es gibt immer die Gegenanzeige. Und deswegen müssen wir eher davon ausgehen, dass die Zahl viel, viel höher ist von Fällen, die eben dann überhaupt erst nicht angezeigt werden. In anderen Ländern führen diese Fakten dazu, dass sich innerhalb von Polizeieinheiten sehr viel stärker als in anderen gesellschaftlichen Gruppen organisierte Kriminalität entwickelt. Das ist in Deutschland zwar weniger der Fall, aber auch hier gibt es immer wieder Fälle von größer angelegter Korruption. Was weniger diskutiert wird, vielleicht auch wegen einem gewissen Pinkwashing, weil es ja mittlerweile ungefähr etwas über 30% weibliche Beamte gibt, ist, dass die Polizei immer noch extrem machohaft ist. Sie ist ja auch geprägt durch eine Kriegerkultur. Es ist ihr erlaubt, als einzige gesellschaftliche Gruppe in einem Staat Gewalt auszuüben. Das heißt, sie muss ja sogar zwangsläufig diese Gewalt auch kultivieren. Wenn man das dann kombiniert mit dieser militärähnlichen Organisation, dann ergibt sich das doch auch von selbst, dass dort auch eine Kultur vorherrscht, die gerade im Kontext einer patriarchal geprägten Gesellschaft auch ein Ausdruck davon ist. Und das ist natürlich auch was, was sich gerade dann immer wieder in auch sehr wenig publizierten Fällen zeigt, wo es dann eben Gewalt durch Polizeibeamte gegen Prostituierte gibt. Aber auch immer wieder Fälle, wo es einfach generell Frauen oder queere Personen in einer Notlage sind. Und da muss man dann sagen, wie du schon gesagt hast, Pinkwashing, da hilft es dann auch wirklich nicht, wenn die Polizei sich ab und zu mal auf Pride-Paraden sehen lässt. Ja, und so zynisch, wie das jetzt klang, müssen wir zu einem wohl am wenigsten diskutierten Punkt beim Thema Polizeikultur kommen. Und das ist der Zynismus der Beamten. Es ist natürlich so, das kann man sich ja recht einfach herleiten, dass Polizisten auf der Arbeit großem Stress rausgesetzt sind. Es ist sicherlich ein Beruf, wo ich auch sagen würde, ja, das würde ich tatsächlich auch über das Politische hinaus und über das Ethische hinaus einfach nicht gerne machen, sondern auch der alltäglichen Ablehnung, wenn sie eben mit Leuten konfrontiert sind. Und sie stumpfen einfach generell durch diese immer und immer wieder angewendete Gewalt ab. Das ist ja was, das kennen wir auch von anderen, von Sicherheitskräften, Gangstern oder Soldaten, mit denen sie dann doch mehr teilen, als sie selber eigentlich zugeben wollen würden. Darüber hinaus, über diese Kultivierung von Gewalt, die eben für ihren Berufsstand neben diesen anderen doch auszeichnend ist, ist es auch so, dass sie irgendwann, nach ein paar Jahren im Dienst, doch zu der Erkenntnis kommen, dass Kriminalität im Kapitalismus nicht beseitigt werden kann, weil sie niemals die wirklichen Gründe, Klassengesellschaft, Armut, Konkurrenzdenken und reaktionäre Ideologien mit ihrer Arbeit beseitigen können. Na, jetzt könnte man ja denken, dass eigentlich Cops doch durch das alltägliche Vorführen der schlimmsten Auswirkungen des Kapitalismus Revolutionäre werden müssten, wenn sie doch sehen, dass ihr Ansatz nicht fruchtet, dass es eigentlich tiefer liegende Gründe gibt. Dann kann man ja schon fast von so Kommunist-Cops träumen, aber das bleibt wohl wirklich nur eine Träumerei, die wir dann in den Spielen wie Disko-Elysium finden, wo man das als einen Pfad für sich auswählen kann. Denn ihre eigene Kultur, diese ganz besondere Berufskultur und auch einfach ihre Funktion in dieser Gesellschaft, ihr etablierter Umgang mit Gewalt und Strafe lässt ihnen einen anderen Umgang mit diesem Problem viel näher erscheinen. Denn sie kennen nur das, wenn sie mit diesen Sachen konfrontiert sind, Gewalt anwenden, der Strafe zuführen. Da gibt es natürlich eine Ideologie, die versucht, diese ganzen Widersprüche, diese ganzen Konflikte in der staatlichen Gesellschaft, im Kapitalismus zu lösen und die da einfach viel näher und viel passender für so eine Art von Berufsstand scheint. Und das ist der Faschismus. Und genau diese Herleitung, die du aufgemacht hast, führt uns nochmal vor Augen, dass es eben kein Zufall ist, warum es immer diesen gewissen, nicht unerheblichen Prozentsatz in jedem Staat dieser Welt gibt, der sehr, sehr stark nationalistisch orientiert ist, bis faschistisch eben. Und in Deutschland häufen sich ja auch diese Nachrichten. Ist ja auch klar, wir haben einen gesellschaftlichen Zustand, der immer weiter polarisiert, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass wir ein generelles sehr starken der Rechten haben und davon natürlich auch im Besonderen in den Polizeistrukturen zu merken ist, weil, wie ich das schon vorhin meinte, dass eben keine neutrale Wiedergabe der Gesellschaft in der Polizei ist, sondern sich dort eben besonderen Menschenschlag auch oftmals findet und dementsprechend, wenn es halt mehr rechte Strukturen in der Gesellschaft gibt, wird auch exponentiell auch deutlich stärker die Verbindung in der Polizei mit der Rechten werden. Und da erleben wir jede Woche mittlerweile, ist es völlig normal geworden, dass wir Nachrichten darüber bekommen, dass hier wieder mal ein rechtes Netzwerk in der Polizei ausgehoben wurde, da mal wieder irgendwelche rechten Chats waren, bis hin zu Terrornetzwerken wie dem Nordkreuz, der ja schon tausende Leichensäcke für Linke und Politiker und was sonst noch in ihre menschenverachtende Ideologie nicht so reinpasste, schon besorgt hatten, um diese umzubringen. Da haben wir ja wirklich alles dabei in den letzten Jahren und das ist schon sehr bemerkenswert, wie stark diese Entwicklung ist, wo man ja nur die Spitze des Eisberges in der Öffentlichkeit überhaupt mitbekommt. Und wir sehen ja auch Versatzstücke von diesen Narrativen immer wieder, wenn darüber gesprochen wird. Nehmen wir das Beispiel mit organisierter Kriminalität, Bandenkriminalität, was ja glaube ich sicherlich für viele Polizeibeamte verständlicherweise in ihrer Arbeit ziemlich frustrierend sein muss, wenn man es einfach nie schafft, das ist ja bekannt, diese mafiösen Strukturen mal wirklich komplett auszuheben. Und wenn man es dann macht, ja, dann kommen die nächste. Und da sehen wir dann auch immer wieder, dass der Diskurs weniger weggeht von beispielsweise organisierter Kriminalität, das Wasser abgraben, wie wir es mal gesagt haben, durch beispielsweise Legalisierung, Entkriminalisierung von Drogen oder auch einfach anerkennen, dass wir organisierte Kriminalität nur wirklich durch kollektive soziale Kämpfe und eine sozial revolutionäre Perspektive beseitigen können. Auf eben der Seite hören wir dann häufiger die Antwort, ja, dann muss man tatsächlich eine militärische Antwort darauf finden, muss man ganze Viertel unter, ja im Endeffekt einen Notstand packen und die ganzen Gangmitglieder, ganz nach dem Vorbild von Lateinamerika, einfach alle erschießen. Oder in diesem ganzen Kosmos von der steigenden Armut, dem Racial Profiling, wie wir es schon angesprochen haben und anderen Faktoren, wodurch mehr Migranten auch tatsächlich straffällig werden, werden die Antworten und die Gang halt auch immer härter abschieben und nicht mehr reinlassen, konsequenter das eben durchführen und durchsetzen, unabhängig davon, was es für die Menschen und die Familien bedeutet und welche anderen Lösungen es dann noch geben könnte stattdessen. Oder in dem Bereich, wenn jugendliche Banden bilden, sich daneben benehmen oder randalieren, also aus einer pädagogischen Perspektive gesehen, dass die Disziplin fehlt. Da kommen dann eben so Aspekte, dass halt mehr wieder soldatische Tugenden eingefordert werden. Und da könnte man sich ja auch überlegen, dass man dann zum Beispiel eher in so eine Richtung denkt, der Militarisierung der Gesellschaft stärkere, noch stärkere, als wir das eh schon in Deutschland haben, dass man dann die Kinder vielleicht in irgendwelche Militärbootcamps schickt, wie in Russland oder so. Wäre eine tolle Antwort für die Jugend, die halt so vor sich hin degeneriert. Oder wenn linke Demonstranten Probleme ansprechen oder nerven beziehungsweise gegen die Polizei gehen, alles verbieten, alles wegsperren und auf die man doch so vermeintlich so stolz ist, die ganzen Grundwerte aushebeln, um dann sich diesem ganzen linken Gesindel zu entledigen. Ja und gerade das ist ja auch ein Diskurs, den wir jetzt um die letzte Generation wirklich sehr, sehr intensiv wahrnehmen konnten, wo man sich glaube ich auch nicht ausmalen möchte, wie es dann gerade in diesen rechten Polizeichat Gruppen dann ausgesehen hat, weil das ist auch die Sache, so wie wir das jetzt formulieren, das ist da muss man halt nochmal einfach betonen, es geht hier nicht um die Charakterschwäche einzelner Polizisten, wie man so schön sagt, dass einfach immer Einzelfälle sind und der ist sowieso, war ja schon komisch, war ja schon immer eine Tendenz irgendwie zum Neonazismus und auch nicht, dass das einfach nur ein Problem ist von einer zu weißen Polizei, weil ja gut, die weißen Polizisten, die sind halt so, wir brauchen einfach, wir brauchen mehr POC, wir brauchen mehr Diversität in der Polizei, sondern auch wenn faschistische Komponente dabei ist, diese ganzen faschistischen Lösungsvorschläge, die entstehen einfach aus der Funktionalität der Polizei, aus den unterschiedlichen Feldern, die sie behandelt und wie sie daran geht, mit eben Gewalt und Strafe, deswegen liegt diese faschistische Lösung so nahe und damit müssen wir jetzt auch zwangsläufig noch zum Schluss darauf eingehen, was denn jetzt diese Funktionalität der Polizei in einem Staat ist. Und das ist ja auch jetzt der zentrale Punkt unserer Folge, worauf wir uns hingearbeitet haben, um das nochmal runterzubrechen, in Bezug nochmal auf meine Einleitung vom Anfang, wie sollten wir denn jetzt argumentieren und was sollten wir argumentieren, wenn es um die Polizei geht. Und da ist zuallererst die Ordnung politisch aufrechterhalten. Das ist für uns als Linke eigentlich erstmal die offensichtlichste Funktion, weil wir ständig mit dieser konfrontiert werden. Die politische Ordnung aufrecht zu erhalten, das beginnt ja auch schon im ganz Kleinen und im ganz Anfänglichen. In Deutschland ist diese Hürde besonders kleingesetzt, weil hier dann schon bei irgendwelchen Vermummungsdelikten oder sonstigen Sachen, wo jetzt in Frankreich oder Italien oder was auch immer die Bullen gar nicht anfangen würden, irgendwas großartig aufzuziehen. Hier ist es halt Polizeistrategie und das ist aber eingeordnet in einen größeren Kosmos. Die Polizei ist immer, wenn es um Auseinandersetzungen, Sozialauseinandersetzungen, die den sozialen Frieden in irgendeiner Form bedrohen, geht der direkte Konkurrent, dem man sich ja gegenüber sieht. Es ist ja nicht so, dass wenn ich jetzt gegen Atomkraftwerk demonstriere, wenn ich gegen einen Abschiebelager demonstriere, wenn ich gegen Nazis demonstriere, dann haben wir immer die Polizei vor uns, egal um welches Thema es geht, es ist ja nie so, dass jetzt irgendwie ich dann jetzt mit dem Atomlobbyisten da stehe oder ganz selten nur mal die Nazis vor, sonst sehe ich die halt irgendwo hinter 30 Absperrgittern. Das liegt genau an dieser Funktion, dass sie diese Ordnung, diese gesellschaftliche Ordnung, die der Staat vorgibt, aufrechterhalten. Und genau da müssen wir dann auch nochmal einmal auf unsere Anfangspunkte in der Geschichte Bezug nehmen, weil das war eine der Grundfunktionen, warum sie gegründet wurde. Stichwort Gewerkschaftsbewegung, Stichwort soziale Kämpfe, das war wirklich das, was nochmal für den Staat befeuert hat, wir brauchen auch was über das Militär hinaus, um eben mit solchen Sachen in den großen Städten umzugehen. Und das sehen wir auch in der Entwicklung immer weiter einer Entfremdung von den eigentlichen Gemeinden und Gemeinschaften, die sie schützen sollte. Um nochmal ein historisches Beispiel einzuführen, es gab auch so Personen, Polizeibeamte wie Sid Hadfield, der in den Cold Wars damals im Anfang des 20. Jahrhunderts in West Virginia als Polizist auf Seiten der Gewerkschaften kämpfte und am Ende sogar dafür sein Leben ließ, weil er von beauftragten Mördern der Minenbosse erschossen wurde für seine Beteiligung. Teilweise sogar in Schuss wechseln, die er sich mit den bezahlten Schlägern und Menschenklechtern der Minenbosse geliefert hat. Und sowas war natürlich ein Riesenproblem für die Polizei, weswegen sie auch immer weiter diese Entfremdung herbeigeführt hat von den eigentlichen Gemeinden, aus denen sie stammen. Weil ja, wenn man mal sollte tatsächlich einfach nur diesen ethischen Grundsatz von Polizei, man soll Freund und Helfer sein, man soll den Leuten in der eigenen Gemeinde helfen, ja, dann müsste es ja ganz häufig eigentlich dazu kommen, dass sie sich gerade in diesen sozialen Kämpfen auf die Seite der Leute stellen. Aber das können sie eben nicht. Das können sie nicht, weil sie in der Funktionalität dafür da sind, diese Ordnung aufrechtzuhalten und diesen Staat, egal, was man jetzt da groß tönen mag, zumindest, wenn es um den Grundsatz von Privateigentum, Grenze und kapitalistischer Konkurrenz und kapitalistischen Erfolg dieses Staates geht, immer auf der Seite des Staates stehen müssen. Und das ist halt auch die Sache, um noch ein letztes Mal die letzte Generation anzusprechen, aber auch so Sachen wie beispielsweise die Anti-Maßnahmen-Proteste, die sich auch beide sehr stark auf die Verfassung, auf das geltende Recht in Deutschland bezogen haben und dass die Polizei ja eigentlich auf ihrer Seite sein müsste. Natürlich gibt es auch Sympathisanten in der Polizei, das hört man ja auch immer mal wieder. Ich habe ja auch selber schon so Erfahrungen gemacht, mal auf einer Anti-Nazi-Demonstration, dass auf einmal ein Bulle so meinte, ey, geht mal da hinten lang, da ist gerade offen. Also sowas gibt es auch, ne? Und das ist ja auch klar, aber am Ende des Tages, egal wie man sich darauf bezieht und egal wie sehr man diese Wunschvorstellung hat, dass die Polizei auf der eigenen Seite sein müsste, wie du es gesagt hast, es wird immer zu diesem Konfliktfall kommen, in den sozialen Kämpfen, in dem wir uns befinden. Und es ist natürlich wünschenswert und das ist sicherlich auch eine Sache, das haben wir in anderen Staaten gesehen, wenn die Kämpfe möglichst stark genug werden, werden auch Leute sich auf unsere Seite schlagen, desertieren, aber am Ende des Tages bleibt dieser Grundgegensatz bestehen und da wird auch keine Demokratisierung der Polizei am Ende des Tages helfen. Der Konflikt, den du aufgemacht hast, dieses Stichwort, das bringt mich auch zu unserem nächsten Punkt und zwar der wesentlichen Eigenbegründung, die die Polizei liefert, die Minimierung von Kriminalität und dem gesellschaftlichen Konflikt an sich. Denn die Polizei greift bei Rechtsbrüchen ein und sie betreibt die Strafverfolgung. Das ist einer ihrer Kernfunktionen, die sie in jedem Staat ausführt. Wir haben zu diesem ganzen Themenbereich von Kriminalität und Gerechtigkeit, Gefängnisse, alles was mit diesem gesamten Justizsystem zusammenhängt, haben wir bisher drei Folgen schon mal veröffentlicht, also Folge 22 und 23 zu Kriminalität und Gefängnissen und Folge 43 mit Perspektive Selbstverwaltung über Gerechtigkeit. Da könnt ihr nochmal ausführlich hereinhören, wenn es um diesen ganzen Bereich geht. Festzuhalten ist, die Polizei kann Kriminalität nur minimieren oder Verlagern. Also als Beispiel, wenn es der Polizei besonders gut gelingt, am Bahnhof Obdachlose oder Dealer zu verjagen, dann hören die ja nicht auf zu existieren, sondern die wandern dann eben in einen anderen Stadtteil aus oder in irgendeinem nahgelegenen Park oder so. Und tatsächlich ist es sogar so, dass die moderne Polizeiwissenschaft inzwischen das sogar anerkennt und versucht auch neue Strategien zu entwickeln. Darf man jetzt natürlich auch nicht zu viel Hoffnung reinlegen, bis solche Entwicklungen passieren, ist im Himmelsjahrmarkt und so, aber das sagt schon viel darüber aus, dass die eigene Polizeiwissenschaft diese Fakten nicht mehr leugnet, sondern anerkennt. Beispiele neuer Strategien, die dort ausprobiert oder erdacht werden vielmehr, wären, dass die Polizei wieder näher an die Gemeinschaft heranrückt, dass das Ganze eher wieder an der Community stattfindet, was dann ja auch tatsächlich besser funktioniert, also dass dann auch Menschen aus dem Viertel selbst, auch dann zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund, die aus den Vierteln kommen, dann auch eingesetzt werden in diesen, das bringt natürlich auch wieder eigene Probleme mit sich, aber das wäre eine Sache und generell, dass die Polizei mehr sozialarbeiterische Aufgaben versucht zu übernehmen, zu denen sie aber natürlich eigentlich überhaupt nicht ausgebildet ist und wie wir auch alle wissen, in unseren alltäglichen Erfahrungen offensichtlich völlig ungeeignet, also auch wenn man mit Menschen, die in der Sozialarbeit arbeiten, spricht und da die Erfahrungen hört, ist es auch immer eine Überlegung, ob man selbst in irgendwelchen Notsituationen die Polizei ruft, weil die dann häufig noch mehr Schaden anrichten, wenn sie halt kommen und da so grobejahnmäßig halt rum vorwerken. Das ist dann halt das Problem, wenn du mit dem Hammer versuchst, eine Schraube reinzudrehen. Das Problem ist jetzt wiederum, dass dieses ganze Anerkennen dieser Felder zu einer neuen Form der liberalen Ideologie führt. Das ist ja zum einen eben dadurch, dass man sagt, okay, Kriminalität kann nur vermindert oder verlagert werden, dass sie fast naturwüchsig scheint. Das ist ja generell eine Sache, die wir eben in Ideologie, im Kapitalismus immer wieder sehen. Das ist halt einfach so. Es werden zwar vielleicht hier und da die Gründe anerkannt und man weiß sie auch, aber der einzige Umgang mit solchen Dingen ist dann die Polizei. dann eben damit zusammenhängt, wenn es dann auch noch zu solchen Strategien kommt, dass die Polizei in immer mehr Bereiche jetzt auch von Gesellschaft vorrücken soll und da Tätigkeiten übernehmen soll, führt das natürlich zu einer immer stärkeren Normalisierung auch von dieser Polizeiarbeit und von diesem ganzen Ansatz von Gewalt und Strafe. Und damit kommen wir dann auch zu unserem letzten Punkt heute, nämlich der ideologischen Funktion von der Polizei und das ist es nämlich den Staat zu repräsentieren. Die Polizei ist, was die Ausführung des Gewaltmonopols angeht, das Aushängeschild des Staates. Es ist einer der Organe, die uns immer auch immer wieder im Alltag begegnen und mit der wir in direkten Kontakt oder Konflikt stehen. Und dementsprechend erfüllen sie auch diese ideologische Funktion und es gibt ja auch ganz viele Aspekte in der Polizeiarbeit, die überhaupt jetzt nicht in erster Linie darin begründet sind, dass sie jetzt da gerade irgendwelche Verbrecher jagen, sondern die kommen ja auch in Schulen vorbei, Ausflüge von Schulen, irgendwelche Infomobile, wo die einfach nur rumstehen und ins Gespräch kommen und so. Kann man jetzt eigentlich denken, warum? Also die müssen doch eigentlich alle ihre Kapazitäten und alles, was sie haben, immer darauf auslegen, dass sie die Bösen schnappen und wieso sollten die jetzt irgendwie rumpimmeln und da halt sich irgendwie nett darstellen oder bei irgendwie den Kindern anbietern so, ne? Aber das ist halt eben auch Teil ihrer Funktion. Ja, und ich glaube, es sind eben nicht nur diese expliziten Fälle, sondern auch dieses ganze implizite durch das alltägliche Dasein, weil das, was die Polizei eben gerade dann auch mit diesem Vorrücken in immer mehr Konfliktfälle der Gesellschaft zeigt, dass am Ende des Tages der Staat es ist, der das Anrecht hat, bei diesen ganzen Konflikten mitzumischen und am Ende des Tages auch als Richter darüber zu stehen, sie zu verhandeln. Es ist ja sogar auch rechtlich so geregelt. Jeder von uns, der schon mal in den Genuss eines leichten Auffahrunfalls gekommen ist, weiß, wie wichtig es ist, immer wieder die Polizei einzuschalten oder wenn es um das Melden von Fahrraddiebstählen oder Ähnlichem geht. Es ist ganz häufig auch einfach, um am Ende des Tages dann später Erfolg mit der Konfliktlösung zu haben, notwendig, die Polizei einzuschalten. Und gerade dann nochmal in unserer sehr stark zersplitterten, isolierten, vereinzelten Gesellschaft, die ja auch natürlich einfach aus ihrer Struktur heraus von diesem Konkurrenzdenken durchzogen ist, ist es ganz natürlich, dass für so viele Leute die Polizei der erste Konfliktlöser ist. Irgendwas passiert. Man sieht irgendwo Streit, Schlägerei, man ist mit irgendwie ein bisschen gegenseitigem Anfauchen im Straßenverkehr konfrontiert. Wie viele Leute greifen da direkt zu der Polizei? Und deswegen fällt es mir auch manchmal schwer, diese anarchistische und linke Kritik, die dann sich häufig auch sehr moralisch dann darstellt, mitzutragen von ich verstehe gar nicht, wie die Leute jetzt schon wieder bei der und der Sache die Bullen rufen konnten. Natürlich rege ich mich auch bei ganz vielen Sachen darüber auf, weil ich mir denke, warum mussten die Leute jetzt die Polizei rufen? Das hat wirklich nichts besser gemacht. Und in vielen Konfliktsituationen ist es auch so, dass die Polizei die Sache jetzt nicht irgendwie besser löst, als man es hätte selber machen können. Aber ich glaube, man muss verstehen, woher das kommt. Das ist nicht einfach nur Spießertum oder Privilegientum, warum die Leute das machen. Wenn ich das hier schon alleine, auch bei uns in der Nordstadtsee, für wie viele Leute das eben ja in ganz vielen Fällen auch die einzige Möglichkeit dann ist, irgendwie mit diesem Konflikt umzugehen und auch einfach der Fall, dass sie es niemals anders gelernt haben und am Ende vielleicht noch gerichtlich schlechter dastehen, wenn sie es nicht getan hätten. Und ich glaube, aus diesem Punkt heraus können wir dann auch das anschließen, was wir an anderen Stellen schon zu dieser ganzen Frage von Kriminalität überlegt haben. Wir müssen es eben schaffen, auf eine kollektive Art und Weise uns diese Macht zurückzuholen, auch Konflikte anders, ohne Polizei zu lösen. Dabei geht es jetzt nicht darum, in irgendwelche jetzt schon etablierten reaktionären Vorstellungen zu verfallen oder da irgendwelchen Träumereien von einfach nur einer gewalttätigen Selbstjustiz zu verfallen, wie manche das dann machen, die sich schon selber dann einfach nur als die nächsten dunklen Rächer in Capes und in Schimasken mit Pistolen sehen, sondern anzuerkennen, warum so viele Leute, die jetzt isoliert sind, auch überhaupt diesen Weg dazu gehen, die Polizei als das anzusehen, warum es auch viele marginalisierte Leute gibt, gerade eben Frauen und Queers, die sich dann dazu entscheiden, dann lieber doch nochmal die Polizei zu rufen, wenn sie mit alkoholisierten Männern oder irgendwelchen Machos konfrontiert sind und wie wir es eben wieder schaffen können, diese Kollektivität in der Gesellschaft zu erzeugen, aus der dann heraus auch so eine neue Ermächtigung stattfinden kann, wodurch wir dann auch den Leuten aufzeigen können, dass es Alternativen zu der Polizei gibt, dass es eine Art und Weise gibt, diese ganzen Konflikte besser zu lösen und die uns auch nicht vergessen lässt, dass wir diese Konflikte im Hier und Jetzt auch niemals grundsätzlich ändern können, sondern dass wir aus diesen Bewegungen heraus auch wieder eine Bewegung auf die Beine stellen müssen, um irgendwann grundlegend diese ganzen Probleme anzugehen. Ja und damit hast du uns ja auch schon einen sehr schönen Ausblick gegeben auf die Frage, die nach so einer Folge im Raum steht, wie machen wir es denn ohne Polizei und für das Jetzt, hast du schon schön gesagt, die Community stärken, die Selbstverwaltung der Menschen stärken, was ja immer unsere Grundlosung in allen Fragen im Prinzip ist, die Selbstermächtigung stärken, die Antworten liegen in unseren Gemeinschaften, liegt in unserem Zusammenhalt. Für die Perspektive einer Gesellschaft ohne Polizei, das muss einfach so deutlich gesagt werden, das ist eine unrealistische Vorstellung für eine Welt, in der der Kapitalismus vorherrscht. Es geht halt nur im Kontext einer sozialen Revolution, wo die Herrschaft an sich überwunden wird, in einem solchen Szenario, da ist es denkbar, auch die Polizei und die anderen Apparate dieses Staates abzuschaffen, aber nur dann. Aber um das jetzt zu vertiefen, was es da vielleicht auch für Konzepte schon gibt, und da gibt es ja auch einiges, dazu fehlt uns jetzt auf jeden Fall die Zeit. Vielleicht vertiefen wir das ja zusammen dann im Livestream, wie immer, jeden Mittwoch. Ich hoffe sehr, dass euch die Folge heute so gefallen hat wie uns, auch wenn wir hier zu einer sehr späten Uhrzeit mit sehr wenig Essen im Bauch sitzen, hoffe ich, dass ihr das nicht allzu sehr gemerkt habt und wir hören uns sehr bald wieder. Glück auf. Glück auf. Nicht so schnell weg von hier. Wenn du denkst, dass linke, libertäre oder anarchistische Positionen eine stärkere Stimme brauchen, dann überlege, uns zu unterstützen. Das kannst du ganz einfach machen, indem du diese Folge verbreitest. Pack uns auf deinen Social Media Kanal, erzähl deinen Freundinnen von unserem Projekt, von unserem Podcast, von unseren Videos. Wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, dann unterstützt uns doch einmalig über Paypal oder werdet zum Übertage Ultra und komm in unsere Ko-Fi und Patreon Community. Denn deine Hilfe ermöglicht dieses Projekt. Außerdem sind wir bei der Vorbereitung dieser Folge noch auf ein paar spannende Sachen gestoßen, die sich ebenfalls mit dem heutigen Thema auseinandersetzen. Diese wollen wir dir noch mit auf den Weg geben. Heute sind das Behind the Police von Robert Evans und dem Rapper Propaganda. Es ist ein Podcast und somit auf Spotify und Co. zu finden und es zeigt die Geschichte der amerikanischen Polizei von den Anfängen der Sklaverei dem Kuckucksklan bis zu der modernen amerikanischen Polizei wie wir sie heute kennen. Ja und als zweites wäre es heute die US-Serie The Wire von 2002 bis 2008. Es ist meiner Meinung nach eine der besten Serien die jemals gemacht wurde. Leider aktuell nur auf Wow zu streamen aber Wow und leider aktuell nur auf Wow zu streamen und nicht auf anderen Streaming Anbietern aber ich denke da findet ihr auch noch andere Wege an die Serie zu kommen Ja und sie zeigt wirklich gut wie keine andere die Konflikte und die Arbeit von Polizeieinheiten unterschiedlichen Gangs Gewerkschaften und Politikern in Baltimore Maryland Es ist nämlich auch wohl die polizeikritischste Cop Serie die jemals gemacht wurde Das nächste Mal bei Übertage hört ihr uns übernächsten Sonntag und wir sehen euch im Livestream am Mittwoch das wird übernächsten 온 An An